In Deutschland kümmert man sich um die Umwelt. Deutsche trennen Müll und recyceln Plastik. Und damit die Bürger die Plastikflaschen zum Recyceln abgeben, gibt es in Deutschland Flaschenpfand. Wenn man eine Cola oder Mineralwasser kauft, muss man 25 Cent extra zahlen. Das ist Pfand. Aber wenn Sie diese Flasche zurück ins Geschäft bringen und in den speziellen Automaten reinlegen, bekommen Sie das Geld zurück. In einigen Cafés der Studentenstadt Marburg gibt es auch Pfand. Wenn Sie Coffee to go möchten, dann kostet es 20 Cent mehr. Um Kaffee im Inneren des Cafés zu trinken, muss man in solchen Cafés 1 Euro extra zahlen. Aber wenn Sie die Tasse zurückgeben, bekommen Sie das Geld zurück. So schützen Sie die Kaffeebesitzer vor dem möglichen Diebstahl.